Matthias Reim und Christin Stark sind seit über zehn Jahren ein Paar. Pikant! Als der Musiker sich in seine Schlagerkollegin verliebte, war er jedoch noch in einer Beziehung. Matthias Reim und Christin Stark Liebe auf den ersten Blick? Matthias Reim und Christin Stark gehören zu den Traumpaaren der Schlagerbranche. Die beiden sind seit drei Jahren verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter. Nach drei gescheiterten Ehen ist der Verdammt-Ich-Lieb-Dich-Interpret endlich angekommen. Bevor der Schlagerstar und Christin 2012 ein Paar wurden, war er mit Sarah Staneck verheiratet, mit ihr hatte zwei Kinder. Als Matthias sich Hals über Kopf in Christin verliebte, war er mit jener sogar noch liiert. Matthias Reim wusste sofort, dass Christin Stark die richtige ist. Im aktuellen Schlager-Radio-Podcast spricht Matthias Reim unter anderem über die Trennung seines Sohnes Julian Reim Anfang des Jahres. Dabei offenbart er, dass er seinem Spross bei seinem Liebeskummer mit Rat und Tat zur Seite stand. Ich habe ihm erklärt, dass es gerade bei der ersten großen Liebe, die nach ein paar Jahren auseinander geht, dauert, bis man sich neu verliebt. Das ist ein Abschluss, das ist eine Art Trauerarbeit. Als Matthias daraufhin gefragt wird, wann er wusste, dass er für eine Beziehung mit Christin Stark bereit ist, überrascht er mit einem Geständnis. Es gibt ja dieses Phänomen, wenn du jemandem begegnest und denkst, ach du Scheiße, das ist sie. Du kannst es nicht erklären, du weißt nichts über den Menschen, du stehst du nur da und unterhältst dich mit dem und merkst nur diese Seelenverbundenheit und sagst, Okay, wie gehe ich jetzt damit um? Du bist noch liiert, das passt überhaupt nicht in mein Leben. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Erklärt Matthias Reim. So so, als er sich in Christin verguckt hat, war der Sänger also noch in einer Beziehung. Die Liebe zu seiner jetzigen Ehefrau war jedoch offensichtlich stark genug, um sämtliche Hürden zu meistern. Denn weiter erklärt der 65-Jährige, man findet seinen Weg. Wenn die Liebe das will, dann läuft das. Da kannst du dich eine Zeit lang gegen wehren und dann gibt man auf. Und ich weiß auch, wofür und warum das so ist.